So, die CON42 hat begonnen. Sie ist geöffnet. CON hat geöffnet, ne? Für die Goldmember, ne? Der Pögel steht noch draußen. Für die Goldmember, die ausgaben. Hier, der Pögel steht noch draußen. Ja, geht gleich los für alle. Ein kleiner Rundgang. Kann man umschalten, geht wieder nicht. Dreckstechnik. Im Untergeschoss. Haben wir den Dogfight, nehme ich an. Ist das richtig? Racing, Dogfight? Racing, also fast dasselbe. Wenn das nach Dogfight aussieht, ja, dann bin ich grün. Nein. Nee, den wir uns. Okay, Racing, macht ja Sinn. Einer gegen einen. Eins gegen zwei. Ja, die reißen Bildschirme sind Zeit für die Fighters. Wir werden nachher im Finale mit teilnehmen, in der jeweiligen Klasse. Ja. Wenn alles läuft, wie wir wollen, könnt ihr da auch noch schauen, wie hier geflogen wird? Ja, natürlich. Ja, im Finale 22 Uhr oben auf der Bühne. 22 Uhr auf der Bühne. Ja. Sehr gut. Ich gehe mal einmal hinten rum. Hier wird nur flassig eingerichtet. Wollen wir gar nicht sehen. Hier ist die schöne Spiele-Ecke aufgebaut. Dort sitzen die Kommentatoren, wenn sie denn da sitzen, irgendwann mal. Aber hier schön mit jeder mal rennen. Ich hoffe, ich werde nicht mehr hauen. Hier. So wie sie geht. Daumen hoch. So kann das mal aussehen, ja. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Oder um das Konkurrenzkamera-Team ProSieben. Vielen Dank. Vielen Dank. Das sind die Star Citizen-Metal-Teilchen. Das sind Space-Würmer. Space-Würmer, jawohl. Steinsproben, mit auf dem Mars. Hier, Metallspäne, ne? Ja. Sehr geil. Was so eine Reklame ausspuckt. Ja, natürlich. Was halt so abfällt. Beim Gas-Gehäben. Hier wird auch mehr gespielt als nur Star Citizen. Mit einem Beton hier. Hier ganz analog das Star Citizen-Karten-Spiel. Wie alt hier schon steht. Sie ist so schraubert. Und... Schön, gut. Vielen Dank. Auch die Spielkinder sind vertreten. Apropos Spielkinder. Gucken, wer das noch kennt. Ein kleiner Tipp fängt mit W an und hört mit Inkubane auf. Die Spielkinder sind vertreten. Das ist... Das ist... Daher... Am Bild ständig hier vorne schon mal. Ja, ja. Das ist... Guten Morgen! Ihr macht hier Brüder. Ja, wir haben hier Brüder. Ja, wir haben hier Brüder. 18 Uhr. Viel Spaß! Tja, noch Frau und Hand weg. Das war's im Prinzip. Die große Halle mit der Bühne ist gerade noch zu. Da geht's dann nachher los mit Vorträgen und anderem. Mit Kamera? Mit Handy ist das sehr doof. So, da fliegt schon der Nächste. In diesem Sinne. Ja.